Ein Krankheitsfall in meiner Familie und das Roten Kreuz hilft relativ unkompliziert. In unserem Fall ist ein Fahrdienst, der von uns zu einem Therapiezentrum gefahren wird, wenn jemand von unserer Familie das nicht machen kann. Es ist eine riesige Erleichterung, vor allem, wenn es unkompliziert ist. Du hast Menschen in der Gegend, die dem Roten Kreuz zugehören. Es ist nichts Bürokratisches. Es ist einfach einfach. Es ist eine Wahnsinnserleichterung.